Und jetzt sind wir auch wieder bei Let's Play Command & Conquer, die Erweiterung Feuersturm. Das letzte Mal haben wir hier aufgehört und ich hatte ja auch gesagt gehabt, so eine gesprochene Szene, die ein YouTube-Kommentar halt nachgefragt hat. Kann ich sagen, ist am Ende dieser Mission. Ich hoffe auch, dass ich relativ schnell sogar durchkomme. Weil das, was wir zu tun haben, ist tatsächlich gar nicht mal so schwer. Ich habe bereits schon die Mission einmal gespielt gehabt, deswegen kann ich das auch schon sagen. Das müsste aber reichen. Bau abgeschlossen. Zu wenig Energie. Höhe zu wenig Energie, ja, dann mach doch mal. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Bevor ich allerdings halt mich nach draußen wage, äh, gibt einen bestimmten Grund dafür. Einheit bereit. Würde ich nämlich einmal... Einheit bereit. Motor an. Einheit bereit. Ja, ja. Eigentlich könntest du... Einheit bereit. So, da hin. Ja. Erledigt. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, hier. Sir, kein Problem. Kein Problem. Ich bin so ein bisschen am herumexperimentieren, also keine Panik. Okay, das ist... Okay, das ist... Das... Okay, ja. Ähm... Ja, okay. Ja, hier. Erledigt. Und erledigt. Erledigt. Motor an, Sir. Hab das geschafft. Huh? Ja, hier. Sir. Einheit bereit. so ein bisschen abtasten ja ich spiele hier so ein bisschen gerade auch herum das weiß ich ich möchte euch gesagt haben das hat nämlich einen besonderen grund so ich baum schon mal halt ich tag sehr schnell halt hoch das muss ich dazu sagen bevor ich das allerdings halt alles so mache wie ich halt mir das vorstelle ich wollte ganz gerne halt so ein bisschen ja ich sag mal das ist auf jeden fall schon ein silo das wird höchstwahrscheinlich hier nicht mal halt irgendwelche bewandtnis haben was ich hier jetzt gerade gemacht habe aber wäre das safe dann sorry so ich möchte nämlich ganz gerne das kann ich ja schon mal sagen hier oben befindet sich nämlich ein raketensilo nicht nur eines zu wenig geld einheit bereit einheit bereit ich möchte jetzt nämlich mit stales panzern arbeiten mit stales panzern wollte ich nämlich ganz gerne arbeiten damit ich mich unbemerkt an positionen halt vorwagen kann ohne dass ich da großartig gestört werde gestoppt ich brauche allerdings auch nur was machen ja nun bereit einheit bereit einheit bereit erläutigt erläutig Und dafür sieht man dann auch gleich. Und Gas, Reinheit bereit, erledigt. Wird gebaut. In Bereitschaft. Er machte kein Problem, bestätigt. Reinheit bereit, Gas. Ja, Sir, kein Problem. Er. Einheit bereit. Reinheit bereit, in Bereitschaft. Sir, wir verledigt. Ja? Ja, darf das, du Neuer? Ja. Wir haben zu. Sir, Foto ab. Du kannst jetzt schon mal dorthin gehen, wo ich dich haben möchte. Reinheit bereit. Und Gas. Ja, Sir. Und Gas. Hier wäre nämlich halt so ein Hinterrad, das kann ich nämlich schon mal sagen. Ähm. Okay. Er hat mich jetzt erstmal noch nicht bemerkt. Er hat mich nicht bemerkt, das ist halt das Beste, das wir natürlich haben können. Und Gas. Ja, Sir. Ja, hier. Und Gas. So, und hier haben wir nämlich die Raketensilos. Ja, hier. Einheit bereit. Kein Problem. Ja, hier. Erledigt. So. Wir sind gebaut. Sir. Ja, Sir. Sir. Kein Problem. Bau angeschlossen. Man kann sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, was ich da vorhabe. Ich kann nämlich selber keine Raketensilos bauen. Zumal es für mich halt auch ein bisschen Sachen erleichtert. Und Gas. Sir. Motor ab. Das ist so. Sir. Motor ab. Und Gas. Ja. Sir. Bereit, Sir. Einheit bereit. Erledigt. Fehlpunkte. Ja. Sir. Erledigt. Der braucht dann noch... Da kann ich... Ein paar neue Panzer bauen. Ah. Oh, der ist da weg. Das ist sehr gut. Oder... Ja, das ist das Panzerbauen. Ja, bitte. Ja, hier. Motor ab. Sir. In Ordnung, Sir. Ich würde alles Bewandtnis haben, also... Einheit bereit. Ja, hier. Ja, Sir. Reiz. Bereit. Einlassmäßig muss ich mich da auch nicht großartig irgendwie... Gestoppt. Mit irgendetwas auseinandersetzen. Das ist auch ein Vorteil. Ja, hier. Reiz, Sir. Erledigt. Bau abgeschlossen. Und Gas. Einheit bereit. Ja, Sir. Einheit bereit. Eine Haftdrohne könnte ich auf jeden Fall produzieren. Die hat zwar nicht nur hohe Sichtweite, aber... Das müsste eigentlich ausreichen. Einheit bereit. Ja, ist die Einheit bereit? Ja. 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 Ja, Sir. Einheit bereit, Sir. Ja. Ja. Ja, ja, Sir. Einheit bereit, Sir. Ja, ja, Sir. Einheit bereit, Einheit bereit, Problem. Da ist nämlich der Grund, warum ich soll's. Da aktuell. So. Die kann ich jetzt aber wieder produzieren. Weiteres Haffnerin müsste ich ganz gerne haben. Ja. Brücke repariert. Ja, ihr Motor an. Sir. Bereit, Sir. Ja, ihr erledigt. Verstärkung ist eingetragen. Einheit bereit. Ja. Ja. Das wollte ich nämlich gerne haben. Wo fahrt ihr aber hin? Ihr könnt eher hier hin. Einheit bereit, wo an? Ja, ihr Motor an. Bereit. So. Für diejenigen, die übrigens wissen wollen, warum ich halt diese eine kleine Sparte wirklich mit einem Stealthpanzer hier gefahren bin. Einheit bereit. Dafür habe ich die Einheit hier. Falls man nämlich so intelligent ist und man meint von wegen Jo. Ich möchte halt hier hin. Ja. Ziel wählen. Yes. Das passiert dann nicht. Erledigt. Erledigt. Ziel wählen. Einheit bereit. Erledigt. Erledigt. Ja, ihr. Motor an. In Ordnung, Sir. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, Sir. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. So. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angezogen. Bauen abgeschlossen. Ja, hier. Ja. Vereinheit bereit. Ja. 1,2,4,3,2,3,1,3,3,1,2,3,2,3,1,1,3,3,4,2,3,2,3,4,4,1. aber das wort ah wurde das jetzt komplett abgesammelt naja, was hat's so, das reicht großartig hier übrigens, was zu zerstören brauchen wir tatsächlich nicht mal was wir auf jeden Fall brauchen ist hier so ein bisschen Platz das passt auch gut du kannst da hin du kannst da hin das reicht eigentlich schon an Artillerien raus ich denke ich werde die Maulwurfpanzer produzieren weiter weil das finanziell jetzt eigentlich ein bisschen besser klappen sollte tschüss so So, das können nicht mehr Gebäude werden. Denn hier haben wir noch mal ein paar Cyborgs. Ich werde das auf den da abschmeißen. Einheit bereit. Slave to the system. So, der kann jetzt einmal hier hin. Da kommt ja gerade das beste Ziel aller Zeiten gerade angeflogen. Wie sie befehlen. Einheit bereit. Gas. Einheit bereit. Und erledigt. Sir. Ja, Sir. Ja. 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 Ja, Sir. Du kannst dich so ein bisschen da hinstellen. Ja. 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 Das können wir vielleicht heute oder aktuell jetzt ein bisschen häufiger hören. So, hier haben wir noch ein paar weitere Panzer. Ich weiß nicht, warum die hier beim ersten Mal halt komplett falsch herum sind. Vielleicht war man zuerst hier und dann hier halt reparieren soll. Kannst du da auch vielleicht ein bisschen frei wahren? So, hier ruch. Wir brauchen Silos. Getarter Einheit entdeckt. Reiter. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Zack. Getarter Einheit entdeckt. Hier kommen nämlich jetzt Artillerien und... Ach, ich weiß es nicht mal. Die Dings sind mal wieder her. Wird erledigt. Reiter. Bereit. Getarter Einheit entdeckt. Ja, Sir. Ja, bitte. Wird ausgeführt. Sir. Ja, ihr. Reiter. Getarter Einheit entdeckt. Ja, ihr. Kein Problem. Wird gebaut. Einheit bereit. Gas. Da will er doch mit seinem Sammler quer durch meine Basis fahren. Wird gebaut. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Getarter Einheit entdeckt. Wird gebaut. Das sollte ich ja für eine sehr dumme Idee sein. Bau abgeschlossen. Getarter Einheit entdeckt. Getarter Einheit entdeckt. Ja, ihr. Ja, ihr. Und Gas. Das war nicht nur interessant. Das war sogar sehr komisch. Bereit. Bereit zum Einsatz. Einheit bereit. Getarter Einheit entdeckt. Ja, ihr. Ja, ihr. Ja, Sir. In Ordnung, Sir. Wird erledigt. Sir. Und Gas. Einheit bereit. Getarter Einheit entdeckt. Wird erledigt. So, ein bisschen schnieki, schnieki. Besserin, der macht sowas. Getarter Einheit entdeckt. Bereit zum Einsatz. Wird aufgebaut. Getarter Einheit entdeckt. In Bereitschaft. Wir brauchen Sie los. Erwartet an, der wird erledigt. Getarter Einheit entdeckt. Getarter Einheit entdeckt. Ja, bitte. Wird erledigt. Getarter Einheit entdeckt. Wie kann er das alles auf einmal? Naja, ist mir egal. Getarter Einheit entdeckt. In Ordnung, Sir. Getarter Einheit entdeckt. Das soll mir egal sein. Getarter Einheit entdeckt. Erwartet Anweisung. Ja? Ja? Ja, Sir. Neue Befehle sind bereit zum Einsatz. Getarter Einheit entdeckt. Einheit bereit. Einsatz für nicht möglich. Wird gebaut. Bereit zum Einsatz. Bau abgeschlossen. Getarter Einheit entdeckt. Sir? Sir? Getarter Einheit entdeckt. Einheit bereit. Wird erledigt. So, jetzt müsste er im Grunde genommen... Ziel wählen. Halt so... Einheit bereit. Immer wieder... Reparieren. So gut wie erledigt. Zwei Punkte halt aufbauen. Und das halt wieder herzustellen. Aber tatsächlich... Dadurch, dass wir uns halt auch so... Ein bisschen... Gen Ende halt bewegen... Gibt es nur eines, was wir aktuell tun sollten... Getarter Einheit entdeckt. Getarter Einheit entdeckt. Wird gebaut. Wird gebaut. Einheit bereit. Bereit, Sir. Ja, hier? Ja, hier? Und auch hier. Getarter Einheit entdeckt. Ziel wählen. Ziel wählen. Yes! Verstärkung ist eingetroffen. Einheit bereit. Die Frage ist natürlich halt... Wie gut sind die jetzt gegen... Sir? Einheit bereit. Motor an. Sir? Beide. Motor an. Erledigt. Einheit bereit. Na so auf jeden Fall nicht. Motor an. Sir? Getarter Einheit entdeckt. Einheit bereit. Erledigt. Einheit verloren. Und da ist der... Kommando Cyborg. Abort. Gutes. Erwarte Anweisung. Abtastung. Bereit. Ja, bitte? Ja, Sir. Einheit bereit. Sir? Einheit bereit. Einheit bereit, Sir? Einheit bereit, Sir? Abtastung, Lord. Erledigt. Motor an. Ja, bitte? In Ordnung, Sir. Einheit bereit, Sir? Ja? Motor an. Getarter Einheit entdeckt. Gas. Einheit bereit. Einheit bereit. Erledigt. Ja? Motor an. Sir? Einheit bereit. Einheit bereit. Gas. In Ordnung, Sir. Ja, Sir. Alles klar. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Getarter Einheit entdeckt. Hier? Getarter Einheit entdeckt. Wird gebaut. Einheit bereit. Getarter Einheit entdeckt. Reize. Ja? Gas. EM Shopwerker bereit. Getarter Einheit entdeckt. Wird gebaut. Wie machen wir das jetzt eigentlich mal am dümmsten? Einheit bereit. Getarter Einheit entdeckt. Bau abgeschlossen. Sir? Erledigt. Getarter Einheit entdeckt. Also am wichtigsten ist erstmal, dass der hier halt äh... Entsprechend... Einheit bereit. Kaputt gemacht wird. Getarter Einheit. Gestoppt. Ja? Easy Befehl. Ja? Ja? Einheit verloren. Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja? Einheit dann direkt beui. Absensive. Mach nicht mehr, Parent. boot. Gerät historia Bojas. Bespot. Ac理 Marte. Base. Betarter Einheit entdeckt. Vale 141. Necessego. E пол Department. Etwas in das Büro könntestim Salom brแbittet. nämlich noch muss man das einfach morgen. Ja? Ja, komm. Ja, komm. Ja, hab ich den da. Sehr schön. Das heißt, hier kann man es eigentlich weitergehen. Ja, hab ich den da. Ja, hab ich den da. Hier kommt mir gerade sehr gelegen. Hier sieht es auch gerade ganz gut. Ja. 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 Da brauche ich schon mit den Silos. Das ist auch schön, dass er halt meine Einheiten mit entdeckt. Oh, das ist schön. Sie warten, mich anzuheißen, die Helden haben. Die kybernetische Intelligenz wird immer überwägen bleiben. Der Tag der Einheit entdeckt. So, Moment, 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 Moment. Eigentlich hätte er hier jetzt halt diese Punkt halt nennen müssen. Warum hat er das denn jetzt nicht getan? Wird gebaut. Wird Tate Einheit entdeckt. Inbau abgeschlossen. Wird Tate Einheit entdeckt. Auf jeden Fall, das wäre halt der Punkt gewesen. Warum der jetzt nicht gekommen ist, ich kann es nicht sagen. Aber ich würde sagen, ich beende hier den Part. Und gerade das mit den Raketen stark geortet, bla bla bla. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Deswegen wird es das beim nächsten Mal geben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage damit bis zum nächsten Mal per Part. Bleibt es auf mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen.